Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge No Man's Sky. In dieser Folge gucken wir uns erstmal um unsere Stadt. War ich jetzt ein paar Tage nicht mehr drin. Ob es die noch gibt und so, ob die hochverschuldet sind und so. Ich guck mal hin. Mir schmarrt Böses. Existieren tut sie noch. Mal gucken, wir gehen mal durch das Portal. Normalerweise sollten wir uns hierhin auch wieder hin teleportieren können. Wenn ich nicht ganz doof bin. Und ja. Wir gucken mal. Mir schmarrt Böses. Sage ich wirklich ganz early. Wow, sorry, da habe ich jetzt hier ein bisschen Farge belichtet. Moment. Mir schmarrt Böses und da bin ich early. Überspringen. 1,1 Millionen. Boah. Leute, es läuft. Das kommt davon, wenn man zwei, drei Tage nicht da ist. So. Das, was gebaut worden ist. Streit zu Bürgern schlicht. Unbekanntes Ergebnis. Fragezeichen. Oder X. Wächter auf dem Vormarsch. Alles klar. Vielleicht auch die Waffe umschalten. Die Waffe umschalten. Leute, werdet euch doch. Ja, schnell in die Häuser rein. Habt ihr recht. Immer, immer, immer den alten Papi machen lassen. Habt ihr recht. Ihr Klumpatschen. Ja, nicht mithelfen. Ja, nicht mithelfen. Ihr habt auch Blaster und alles mögliche. Aber, ne, niemals mithelfen. Habt ihr recht. Habt ihr recht. Versteckt euch schön in euren Häusern. Ich bin nur euer Retter, euer Messias. Euer Gott. So übertreiben wollen wir vielleicht auch nicht. So, dank ihr es mir. So, ja. Nachladen. Die paar Dinger hier. Kriegen wir schnell zerstört. Ein Wächter ist noch verblieben. Wir haben ja nicht mal Panzer rum. Das sind zwar größere Wächter, aber... So. Da hinten müssen wir weiter bauen. Dass unsere Sache hier mal wirtschaftlich wird. Und ja, das war es jetzt auch schon. Ja. Wow, Meistern erreicht. Interessiert mich nicht. So, E. Status der Siedlung. Okay, das heißt, was brauchen wir denn da für Materialien nochmal? Wird mir unten rechts nicht mal angezeigt. Geile Funktion, dass das nicht dauerhaft angezeigt wird. Es wäre schön, wenn ich selber entscheiden könnte. Blends ein oder Blends aus. Ähm, was haben wir denn hier? Was brauchen wir hier? Quantencomputer. Klingt sehr kostspielig. Kann ich definitiv nicht bauen. Quantencomputer. Okay, wir dürfen auf keinen Fall mit dem Schiff hier rumfliegen. Zumindest nicht dann in andere Systeme jumpen. Sonst kommen wir hier nicht mehr weg von dem Planeten. Okay, wir gehen mal zu unserer, ähm, Raumstationen. Vorheriges System. Aktuelles System gehen wir nicht. hinbauen. Und zip. Gehen wir mal hier durch. Ah. Ui. So viele Farben. Richtig. Okay. Klingt sehr teuer. Ach man, ich hasse es. Mikroprozessor. Kupfer? Ja, mehr gibt es hier nicht. Was für ein Ding brauchen wir da nochmal? Kaufen. Schmutz. Schmutz. Ich kaufe Schmutz. Ähm, einen Computer brauchen wir. Wo können wir einen Computer kaufen? Ich finde das geil hier so bei unseren Erzfeinden und die juckt es halt einfach nicht, ne? Leute, ich gehe mal auf die andere Seite, okay? Keiner kommt hier reingeflogen. Unser Ruf eilt uns voraus. Aber hier ist neutraler Boden. Konnte man bei dem was machen oder eher nicht? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Koordinaten erhalten. Seltsame Schicksal, mein Freund. Ihr fragt es äußerst wertvoll. Für die Tapferin. 5 Millionen kostet deine Information. So sehe ich aus. Okay, hier ist die Waffenwerkstatt. Das ist ein geiles Modell. Das ist ein geiles Modell. Ein sehr geiles Modell. Schaden wäre jetzt ein bisschen weniger. Schaden wäre jetzt ein bisschen weniger. Offene Slots. Alter. Aber das Ding ist momentan, brauchen wir die Slots halt nicht. Das ist das Blöde. Gucken wir mal weiter. Ich gucke schon wieder als Sache, die ich nicht schauen sollte. Upgrade Module. Impulse Antrieb. Für 156 Nanit. Überraub Modul. Das wäre sinnvoll. Das wäre sehr, sehr sinnvoll. Wie viele Nanit haben wir? Ganz ehrlich, machen wir einfach mal. Weil da sparen wir uns jede Menge Geld. Der hat Fahrzeuge. Brauchen wir ganz ehrlich noch nicht. Anzug Upgrade. Gibt es hier was? Tolle für 10.000. Billig. Upgrade Module. Anzug Wärmeschutz. Bewehrungsmodul A. Giftschutz. Bewehrungsmodul. Na komm, machen wir das da auch mal. Inventar Verbesser. Technologie. Dann hätte es eben noch länger. Installieren. Ah ne. Es ist ja schon installiert. Wir machen mal kurz. Hier hin. Wir da hin. Den haben wir da an. Okay. Da können wir uns editieren. Raumschiffausstattung. Raumschiff verbessern. Erweiterung anwenden. Eine Lagererweiterung. Kostet das jetzt was? Boah anscheinend nicht. Oder hat es doch was gekostet? Keine Ahnung. Das weiß der Schlumpf. Erweiterung anwenden. Ähm. Hier ist auch keiner. Wo bekommen wir die Computer her? Ja komm, geh auf. Hallo, ich seh die Cantina Band. Moment, Moment. Ja, ja. Gag. Ich hab da irgendwie ne Aufgabe kurzfristig gehabt. Was? Starte. Installations Upgrade Menü mit. Eh, was soll ich denn upgraden? Quantencomputer. Den brauchen wir. Den Quantencomputer. Den brauchen wir. Würde mich interessieren, was wir da brauchen für den Quantencomputer. Das würde mich jetzt sehr interessieren. Moment, wir müssen auch mal gucken. Hier. Der da. Müssen wir Raumschiff. Und Skatisch Technologie. So. Ist der dann jetzt automatisch drin? Ja. Wird schon funktionieren. Und jetzt hier. Alles besser. B-b-b-b-b-b-b benötigt. Ja, ja. Wo bekommen wir jetzt die Computer her? Oder kann man die wirklich nur wieder herstellen? So ein Kack. Technologie installiert. Ja. Kabelbaum, Ion-Akku. So viele teure Sachen. Verdammte Axt. Eigenes Kraftfett installieren. Ja, lass mich in Ruhe. Ähm. Das da hier. Jetzt kommt ja nicht keiner mehr rein. Wirklich keine Lust mehr auf uns. Aber worauf wir jetzt zu vielleicht mal handeln? Bla 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 bla. Ist heute vielleicht eher leer ein Feind. Was bei dem Feind heißen. Das werde ich wahrscheinlich am häufigsten an den Kopf geschmissen bekommen. Wo gibt's denn das? Ganz ehrlich. Missionen. Nein. Gesandter. Nein. Kartograf, oh nein. Toll. Toll. Wenn ich hier rangehe, sagt... Echt? Ich wollte ich gar nicht. Lass mich... Bitte. Danke. Kabelbaum. Ion-Akku. Ich glaube, noch ein Kabelbaum brauchen wir. Moment, machen wir dann erstmal das. Äh, wo war das? Fracht. Wo habe ich das jetzt hin? Moment, ich bin gerade dumm. Ähm. Bin ich gerade dumm. Ah, ich bin gerade dumm. Ah ja, Multiewerkzeug hier. Skidusch und Skidusch. Ist das da auch drin? Kabelbaum. Kabelbaum. So. Und jetzt kaufen wir nochmal hier einen Kabelbaum. Dann sieht's auch gut aus. Scheiß auf die 60.000. Wir haben 6 Millionen. Also von dem her. So, ist unser Multiewerkzeug jetzt auch mal ganz. Jetzt bräuchte ich mir ja hier... Das ist dumm. Warum gibt's die hier nicht zu kaufen? Kupfer, Chlor, verschrottetes Metall. Kann ich was verkaufen? Auch nix. Schiffenventar. Kupfer behalte ich mal. Magnetisiertes Farad. Hatten wir nicht. Doch hier ist die Dingemessource. Komatisches Metall, wo wir Dauer aufbrauchen. Das behalten wir aber auch mal. Ich bin jetzt überfragt, woher wir das bekommen. Ganz ehrlich. Bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Persönliche Raffinerie. Herstellen. Sauerstoff und komatisches Metall. Haben wir die auch mal? Energie. Haben wir wieder nix. Wie Objekte übertragen. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Achso. Das ist eine mobile Raffinerie einfach. Da brauchen wir hier keine immer mehr aufstellen und können halt direkt in unseren Inventar verarbeiten. Was, weil ich das jetzt überstehe. So. Raumschiff. Wir kommen nicht dran vorbei. Wir müssen diese Kackzellen wieder bauen. Ganz ehrlich. Da kommen wir nicht dran vorbei. Das, da müssen wir auch machen. Den Teleportempfänger. Auch wieder drei Kabelbäume und Antimaterie. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Drei Kabelbäume und Antimaterie. Drei Kabelbäume. Kaufen wir jetzt noch direkt, wenn es die hier noch gibt. Kaufen steht hier. Eins, zwei, drei. Raumschiff. Blub. Ist drin. Und eins Antimaterie. Antimaterie brauchen wir Kohlenstoff. Okay. Gehen wir einfach zum Kohlenstoffplanet. Oder können wir es hier auch kaufen. Das wird toll, aber geht's wieder nicht, ne? Alles geht. Ferret Staub auf Kohlenstoff geht nicht. Ja gut, es hilft nichts. Wir werden vom Spiel aus gezwungen, weiterzugehen. Es kommt endlich kein Schwein hier vorbei. Hopla. Hopla. Wir waren zu freundlich zu den Gags. Ich merke schon. Ich merke schon. Es hilft nichts. Wir müssen hier. Oh, da hinten. Das Beute. Oh Gott. Das Beute. Bran, Kupfer, Silber. Wir gehen da einfach mal hin. Und in der nächsten Folge würde ich sagen... Das sieht nicht sehr pflanzlich hier aus. Oder vielleicht doch. Die brauchen wir mal ein bisschen, bis sie generiert werden. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Was ist das? Was ist das? das ist eine fabrik hier gibt es nicht viel aber ein wüsten planeten hat mir in dieser form auch noch nicht da ach gut er wies jetzt an obwohl dahinten ist genug kohlenstoff was ich hier sehe gleich mal hier und ich würde mich von dem her schon mal fürs zuschauen bedanken ich hoffe ihr hattet ein bisschen spaß und bis dahin macht's gut bis zum nächsten mal schau ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017